Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, einen guten Start in die neue Woche. Und wir fangen jetzt gleich mal an mit dem Livestream, sage ich mal. Heute Abend habe ich euch ja in die Gruppe geschrieben, um 18 Uhr geht's los. Den Link werde ich euch dann, sobald der Livestream beginnt, noch in die Gruppe dann schicken, jeweils in die Chartanalyse-Gruppe und dann nochmal in die Talk-Gruppe. Und dann fangen wir heute Abend einfach um 18 Uhr, einfach ein Stündchen ganz entspannt an. Gucken uns nochmal die Charts an, was hat sich dann seit dem heutigen Video, sage ich mal, getan. Eure Fragen beantworten, können auf noch ein paar Coins eingehen. Und dann sage ich mal, hören wir um 19 Uhr wieder auf, einfach mal ein entspanntes Stündchen, mal gucken wie es läuft. Ich würde mich auf jeden Fall freuen für jeden, der heute Abend dann mit dabei ist, wenn ihr Fragen habt zu Chartanalysen etc., wie ich trade etc. Freut mich, wenn ihr dabei seid. Und dann fangen wir direkt an mit dem Bitcoin-Chart. Momentan traden wir bei ungefähr 62.200 US-Dollar. Wir haben den höchsten Monatsschluss überhaupt hingelegt heute Nacht noch. Wir hatten dann nochmal diese krasse Kerze hier in Richtung 61.700 US-Dollar. Wurden dann nochmal rapide abverkauft hier in dem Bereich der 59.600. Einfach um nochmal ein paar Longs zu killen. Wahrscheinlich, weil hier viele wieder Long gegangen sind. Man hat es an den Funding-Fees gesehen. Wir waren zwischenzeitlich wieder so bei 0,03. Dann hatten wir diesen WIG. Jetzt hat es sich wieder einigermaßen normalisiert. Und jetzt hängen wir wieder hier an unserer 8-Stunden-Supply-Zone. Also über diese Widerstandszone müssen wir auf jeden Fall drüber. Wir haben ein CME-Gap bei ungefähr 63.000 US-Dollar. Das kann natürlich jetzt noch gefüllt werden. Und dann müssen wir neu beurteilen. Aber momentan sieht das wirklich alles gut aus. Wir sind bei 62.000 US-Dollar. Ich will jetzt hier einfach über diese Zone endlich mal drüber kommen. Damit wir die endlich mal abgehackt haben. Wir haben so oft jetzt hier probiert durchzukommen. Die Zone hat nicht mehr viel Liquidität. Das heißt, normalerweise dürften wir kein Problem jetzt mehr haben. Vor allem jetzt in einem bullischen November, wo es überall beschrieben wird, da jetzt durchzukommen. Was wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal im Auge behalten müssen, wo ich jetzt gestern nicht mehr erwähnt habe. Wir haben ja hier, wenn wir jetzt eine Bull Flag nehmen, also wenn es kein Falling Wedge war, sondern einfach mal eine Bull Flag, haben wir halt immer noch unser riesiges Ziel von ungefähr 84.000 US-Dollar. Wir haben neue Monatswiderstände jetzt, weil wir einen neuen Monat haben. Der Monats R1 liegt jetzt bei ungefähr 71.000 US-Dollar. Und der Monats R2 bei ungefähr 80.000 US-Dollar. Das sind so auch meine Preisziele, wo ich jetzt mal demnächst sage, die 70.000 US-Dollar waren das 01272 Fibonacci Retracement Level. Und dann hier oben die 81.000 US-Dollar wäre dann in Richtung unseres 1.618 Fibonacci Retracement Levels. Also das sind so mal die Zonen, wo ich jetzt realistisch jetzt in den nächsten Wochen sehe. Wenn nicht sogar ziemlich schnell. Wie gesagt, wir haben unsere Bull Flag mit dem Ziel einfach, wenn wir das hier jetzt als Breakout-Punkt nehmen, wären wir auch genau hier in dem Bereich da bei 84.000 US-Dollar. Also es kommt viel Konfluenz, sage ich mal, in diesen Bereich da, wo ich dann wirklich eine größere Korrektur erwarten könnte. Momentan bin ich nicht davon überzeugt, dass wir jetzt eine riesige Korrektur sehen. Aber trotzdem nehmen wir mal diese kleinen Wigs nach unten. Die Märkte werden jetzt einfach volatiler, umso höher wir steigen. Bis zu mehr Leute gehen natürlich long, weil sie nichts verpassen wollen. Und darauf muss man jetzt einfach achten. So, schauen wir uns Ethereum an. Dann Ethereum ist wieder hier knapp in unserem Abtrend-Kanal. Wir sind hier drunter geflippt, haben dann hier diese 4-Stunden-Demand-Zone angetestet, wo viele long gegangen sind. Ich persönlich nicht. Bin dann aber jetzt beim zweiten Mal, nachdem wir jetzt da nochmal runtergekommen sind. Heute Nacht habe ich meine Orders da reingelegt. Das heißt, ich bin jetzt auch bei Ethereum long. Jetzt ist mein Stop-Loss auf Entry. Also ich habe es hier in diese 4-Stunden-Demand reingelegt, die jetzt auch mittlerweile durch ist. Also die können wir rausmachen. Und jetzt müssen wir einfach mal beobachten. Ethereum sieht auf jeden Fall relativ gut aus. Klar, wir sind jetzt schon zweimal unter diesen Abtrend gefallen. Aber ist meiner Meinung nach nicht schlimm, solange wir hier einfach wieder drüber kommen. Neues All-Time-High bilden. Und dann ist hier unser Monthly R1 bei ungefähr 4.800, 4.900 US-Dollar. Das ist so auch das nächste Ziel auf jeden Fall. So, schauen wir uns Cardano an. Cardano habe ich euch ja gestern in einer Gruppe gecallt. Bin ich hier am unteren Ende long gegangen. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ich habe aber reingeschrieben, sehr hohes Risiko. Ich wurde nicht ausgestoppt mit diesem Wig, weil ich meinen Stop-Loss hier unter dieses letzte Low gelegt habe. Also alles gut. Auch hier bin ich mittlerweile in einem Long Trade. Hier, was jetzt auf jeden Fall zählt, wir müssen hier durch diese 4-Stunden EMA Ribbons. Die stellen hier massiven Widerstand da einfach. Aber dann hätten wir hier einen wunderschönen doppelten Boden gebildet. Mit der Neckline bei ungefähr, bei Monats-Pivot bei ungefähr 2,05 Dollar. Also hier möchte ich auf jeden Fall einen Kerzenschluss drüber sehen. Eine 4-Stunden-Candle mit einer Bestätigung. Und dann hier endlich mal in Richtung 2,27 Dollar. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt heute oder in den nächsten 1, 2 Tagen erwarte. Das ist einfach so meine längerfristigen Ziele, sage ich mal, vielleicht sogar bis Ende der Woche. Und da müssen wir auf jeden Fall weiterschauen. So, was können wir uns noch anschauen? Dogecoin. Habe ich euch ja gestern auch in die Gruppe gepostet. Wir haben hier ein schönes Falling Wedge gebildet. Dann kam dieser Elon Pump, weil Elon Musk wieder irgendwas gepostet hat. Da wäre ich immer vorsichtig, weil solche Sachen werden immer gerne aufgefüllt. Und so war es dann auch im Endeffekt. Wir sind jetzt hier nochmal ein bisschen runtergefallen bei ungefähr 0,26 Dollar. Aber auch hier kämpfen wir jetzt momentan um den Monats-Pivot, um den neuen. Übergeordnetes Ziel ist auf jeden Fall die 0,34 Dollar. Passt auch ungefähr hier mit unserem Falling Wedge zusammen, dass wir hier die nächste Rejection sehen. Hier würde ich auf jeden Fall 50% Profite nehmen. Ich habe jetzt gestern euch ja hier schon gesagt, ich habe 25% genehmt. Einfach, weil ich von diesen News Pumps nicht wirklich überzeugt bin. Also da muss man immer aufpassen. Man kann zwar reinspringen, man kann schnelle Gewinne machen, aber dann nehmt auch diese Gewinne und seid einfach nicht zu gierig, wenn dann am Ende nichts bei rumkommt etc. So, mehr gibt es dazu eigentlich momentan nicht zu sagen. Schauen wir uns auch Solana an. Solana habe ich euch auch gestern in die Gruppe gepostet. Wir hatten hier dieses Head & Shoulders, wo ich euch von vornherein gesagt habe, tradet es nicht. Wir sind in einem Bullenmarkt. Solana hat immer noch diesen Hype. Die Chance ist relativ gering, dass wir hier einfach wirklich einen Head & Shoulders bilden. Wenn, dann war ja meine Idee, dass wir hier kurz runterfallen, ein paar Longs wicken und dann hier nach oben gehen. Im Endeffekt haben wir jetzt ein schönes Head & Shoulders. Einen doppelten Boden sehe ich hier ehrlich gesagt nicht, weil es keine Trendwende ist. Wir haben hier einfach eine Konsolidierungsphase. Ein doppelter Boden wäre es für mich einfach, wenn wir hier Ewigkeiten in einem Downtrend wären. Aber dafür sieht es einfach nicht aus. Wichtig ist jetzt auf jeden Fall, dieses letzte Hoch bei ungefähr 218 US-Dollar rauszunehmen, nachdem wir hier ordentlich zurückgewiesen wurden. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier das alte All-Time-High knacken, hier ein bisschen konsolidieren und dann weiter nach oben pushen. So, was haben wir noch? VeChain. VeChain bereue ich immer wieder, dass ich nicht reingehe, aber da vergesse ich auch ehrlich gesagt immer die Orders zu setzen. Warte, ich zoome es euch noch ein bisschen raus. Wir haben hier einen deutlichen Abtrend. Immer wieder hier bouncen wir am Abtrend, wobei das auch gefährlich ist. Umso öfter wir diesen Abtrend benutzen, sag ich mal, als Support, desto schwächer wird er natürlich immer mal wieder, ist okay. Aber jetzt die letzten Tage gefällt mir das hier ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wir haben jetzt direkt einen Monats-Pivot unter uns bei 0,12 Dollar. Müssen wir mal drauf achten, ob wir hier den wirklich nochmal antesten. Aber VeChain ist mir momentan wirklich noch ein bisschen zu riskant, hier reinzugehen. So, XRP bin ich reingegangen. Da kämpfen wir jetzt um einen neuen Monats-Pivot, der sich ein bisschen geändert hat. Der war vorher bei 0,1,06 Dollar. Jetzt sind wir bei 1,09 Dollar ungefähr. Bin ich aber auch in einem Trade drin. Auch hier erwarte ich mal wirklich einen Push in den nächsten Wochen auf jeden Fall. Deswegen ist es mehr so ein Long-Term-Trade, sag ich mal. Aber auch hier erstmal das Ziel, 1,25 Dollar. Und sonst gibt es hier auch relativ wenig zu sagen. Wir kämpfen ja einfach noch mit diesem ehemaligen Downtrend, mit dieser Downtrend-Linie. Bestätigen Sie das Öfteren. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal die 4 Stunden EMA-Ribbons bullish geflippt, was auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen ist. Aber das müssen wir natürlich jetzt auch halten. So, Chainlink ist auch nochmal hier in unsere Zone reingekommen. Den neuen Monats-Pivot sogar als Support bestätigt. Auch hier könnt ihr jetzt erstmal bouncen in Richtung dieses Hochs hier bei 33 US-Dollar folgen. Aber bin ich ehrlich gesagt auch in keinem Trade drin. So, Compound haben ja auch viele, viele mitgenommen. Nachdem wir hier immer noch in dieser riesigen Seitwärtsphase sind, erwarte ich jetzt hier endlich mal einen großen Bounce nach oben. Immer noch, normalerweise war ja mein Ziel ungefähr 375 US-Dollar. Das hat auch hier mit diesen Widerständen zu tun. Hier kann man auf jeden Fall Profite nehmen. Übergeordnetes Ziel ist jetzt dieser neue Monthly R1 bei ungefähr 437 US-Dollar. So, was haben wir noch? Uniswap kämpft auch noch ein bisschen. Wir haben möglichst einen doppelten Boden hier. Auch weil wir jetzt eine ewig lange Seitwärtsphase hatten, sehe ich das hier eher als einen doppelten Boden. Aber hier brauchen wir einfach Volumen. Wir haben deutlich abfallendes Volumen. Hier müsst ihr auf jeden Fall mal Move folgen, damit ich hier extrem bullish werde. Auf jeden Fall diese 4 Stunden EMA Ribbons durchbrechen. Und dann sieht es auch viel besser aus. So, aber sind wir auch gestern rein in den Trade gegangen. Habe ich euch auch in die Gruppe gepostet. Momentan hier dieser neue Monthly Pivot. Der Monatswiderstand R1 bei ungefähr 0,47 US-Dollar. Das ist auch mein übergeordnetes Ziel. Und sonst müssen wir ja auch gucken, dass mehr Volumen reinkommt. Wir hatten hier diesen krassen Volumenpeak. Aber dann auch wieder ein bisschen Abverkaufsvolumen. Müssen wir mal schauen, wie sich das ausgibt. Und dann noch zum Schluss IOTA. IOTA hat endlich mal unsere Range hier verlassen. Anscheinend endgültig. Wir haben hier schon eine Bestätigung gehabt. Haben dann wieder eine krasse Aufkaufkerze gesehen. Wir haben einfach die 4 Stunden EMA Ribbons angetestet. Müssen wir jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt. Auch hier sehe ich mal locker die 1,60 Dollar als nächstes hoch. Und dann übergeordnet die 1,70 Dollar. Also jeder, der hier in den Trade ist, würde ich auf jeden Fall einen Stop Loss & Entry machen. Weil viele sind hier nach unten auch long gegangen, wo ich euch das gesagt habe. Wir haben hier einfach immer diese Range. Wir haben sie immer wieder angetestet. Waren perfekte long Möglichkeiten zu gehen. Sieht alles gut aus. Und dann freut ihr euch an euren Profiten, würde ich mal sagen. Gut, schauen wir uns noch kurz die News an. Ist Krypto den Hunden zum Opfer gefallen? Warum Floki Ino und Shiva Ino schlecht für Krypto sind? Cooler Artikel, den der David da geschrieben hat. Lest ihn euch auf jeden Fall mal durch. Ich stimme da vollkommen zu. Krypto ist mehr als, sage ich mal, Hunde etc. Klar, man kann einen Haufen Geld mitmachen. Ich gönne es jedem. Aber im Endeffekt schadet vielleicht manchmal sowas mehr im Kryptomarkt, als es sinnvoll ist. Müssen wir mal genauer beobachten. Gut, dann soll es das gewesen sein für das heutige Video. Wie gesagt, heute Abend um 18 Uhr Livestream. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, ein Abo da lasst. Einfach damit wir weiter Wachstum haben und vielleicht wirklich bis Ende des Jahres die 1000 Abos schaffen. Wir hören uns heute Abend um 18 Uhr. Ich freue mich drauf. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie vor. Habt in die Gruppe. Kommt gerne in die Gruppe. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann hören wir uns auf jeden Fall heute Abend wieder. Beziehungsweise dann spätestens morgen Nachmittag, wenn dann das neue Update-Video kommt. Und wie immer, schönen guten Start in die Woche. Und stay Krypto.